Ich nehme den Hinterreifen, den Wasserschlauch und... Okay, das alleine reicht nicht. Entweder Hochdruckreiniger oder Reiniger und Bürste und dann abspritzen. Mache ich mal den Hochdruckreiniger nicht einmal auf Weitwinkel gestellt und den Hochdruckreiniger angeschlossen. Dann schauen wir mal. Ja, das klappt schon mal gut. Ich denke trotzdem kommt man nicht ganz um Reiniger und Bürste rum, aber schau dich das mal an. Sieht aus wie neu und es perlt halt mega ab. Nur die Ecken sind halt typisch von Felgen nahe drauf halten, dann geht das auch. Aber ansonsten mega. Noch mal vorne versuchen. Aber wenn das mal nicht gut klappt. Hammer.